Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder Nils Gajowi. Zwei beliebte Einzelhandelsreads legten dieser Tage ihre Zahlen für 2022 und einen ersten Ausblick für 2023 vor. Das war einerseits der größte Triple Net Leasing Read der Welt, nämlich Realty Income und zum anderen der einzige reine Betreiber von Outlet-Centern, das Unternehmen Tanger Factory Outlet Centers. Gehen wir kurz durch die Ergebnisse und den Ausblick und schauen wir uns an, wie uns das Zahlenwerk den Unterschied zwischen einem großen und reifen Read und einem kleinen agilen Read verdeutlicht. Realty Income ist ja die Monthly Dividend Company, ein Unternehmen, das seit 1994 an der Börse gelistet ist und seitdem 119 Mal die Dividende angehoben hat. Das Unternehmen zahlt eine monatliche Dividende, es hat eine Marktkapitalisierung von über 41 Milliarden Dollar und das macht Realty Income zum größten Triple Net Lease Read der Welt. Das heißt, die Mieter sind hier für alle Ausgaben in den angemieteten Immobilien selbst verantwortlich, seien es nun Renovierungen, Umbauten, Ausbauten, Wartungen, Steuern, Versicherungen, kommunale Abgaben und so weiter. Realty Income hatte zum 31. Dezember 2022 12.237 Objekte im Bestand, die an 1240 Mieter in 84 verschiedenen Branchen vermietet sind. Die Auslastung der Immobilien erreichte zum Jahresende mit 99% ein 20-Jahres-Hoch. Es waren gerade 126 Immobilien frei und zur Vermietung verfügbar. Die adjustierten Funds from Operation oder sagen wir vereinfacht der operative Cashflow stieg im Jahresverlauf bei Realty Income auf 3,92 Dollar pro Aktie bzw. um 9,2 Prozent. Die Dividende wurde 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent angehoben. Das Investitionsvolumen alleine betrug 9 Milliarden Dollar und es wurde investiert in 1301 Objekt. Davon waren 1084 Objekte Zukäufe und 217 Objekte waren Weiterentwicklungen oder Erweiterungen. Allein nach Europa flossen 2,5 Milliarden Dollar an Investitionen. Investment Highlights im vergangenen Jahr, das waren erstens der Einstieg in die Casino-Industrie in Boston. Dort hat man für 1,7 Milliarden Dollar ein Casino-Ressort erworben. Zum Zweiten ein erstes Investment in Italien. Dort hat man sieben Immobilien für 166,6 Millionen Dollar erworben. Und zum Dritten eine Investition von rund einer Milliarde Dollar in das Vertical Farming. Hier ist man neu eingestiegen. Im Februar diesen Jahres wurde dann erneut die Dividende angehoben, mittlerweile auf 3,054 Dollar. Gegenüber dem Vorjahresmärz ist das eine Steigerung um 3,2 Prozent. Der Wermutstropfen bei Realty Income, die Same-Store-Rentals, also die vergleichbaren Mieten für Immobilien, die länger als zwölf Monate bereits im Bestand des Unternehmens waren, die stiegen im Jahresverlauf nur um 1,8 Prozent. Für 2023 avisiert das Unternehmen ein Einkaufsvolumen von mehr als 5 Milliarden Dollar. Das ist deutlich weniger als die 9 Milliarden aus dem vergangenen Jahr. Die Mietsteigerungen auf vergleichbarer Basis sollen nur bei etwa 1,25 Prozent oder darüber leicht liegen. Die adjustierten Funds from Operation werden zwischen 3,93 Dollar und 4,03 Dollar erwartet. Also nur unwesentlich höher als das, was man in diesem Jahr erzielt hat. Die Aktie ist aktuell auch kein Schnäppchen, aber bei Kursen unterhalb von 60 Dollar fange ich langsam an, mich für das Unternehmen zu interessieren und meine Position eventuell aufzustocken. Starkes Wachstum sehen wir hier bei den Mieteinnahmen auf absoluter Basis. Das ist ein Plus des Unternehmens. Und ein zweiter großer Vorteil ist, dass es sehr niedrige Kapitalkosten hat. Realty Income ist exquisit geratet, bei S&P hat also ein R-Rating. Die Schwächen des Unternehmens, das sind die Mietsteigerungen und die relativ hohen Neuemissionen von Aktien zur Finanzierung der Zukäufe, sodass die Erträge pro Aktie eher langsam steigen. Das Renditepotenzial laut Fastgraf liegt bis Ende 2025 bei 4,76 Prozent per annum. Schauen wir mal im Unterschied dazu auf Tanger. Die Aktie wurde ja vor drei Jahren schon totgeschrieben. Die Dividende war gekürzt worden und im Corona-Tief fiel der Aktienkurs bis auf 4,05 Dollar. Wer damals eingekauft hat, der kann sich allerdings heute freuen. Inzwischen ist der Aktienkurs auf deutlich über 17 Dollar wieder gestiegen. Im Unterschied zu Realty Income bringt es Tanger gerade auf eine Marktkapitalisierung von 1,9 Milliarden Dollar. Also gerade mal knapp 5 Prozent von dem, was Realty Income auf die Waage bringt. Es gab einen Managementwechsel vor einigen Jahren. Der Sohn des Firmengründers hat seinen Hut genommen. Steve Tanger ist mit über 70 Jahren in den Ruhestand gegangen. Und es kam ein neuer Manager, Steven Yelloff, der vormals bei Simon Properties, die Outlet Center, verantwortet hat. Und dieser Managementwechsel macht sich bemerkbar. Wir sehen im Unterschied zu Realty Income starkes Wachstum bei allen relevanten Kennzahlen. Die Auslastung erreichte auch bei Tanger wieder Höchststände und kletterte auf 97 Prozent. Ein Jahr zuvor lag sie noch bei 95,3 Prozent. Der Rent Spread, also die Differenz zwischen Neumieten und Altmieten, lag auf vergleichbarer Basis bei 10,1 Prozent. Hier kam ja Realty Income nur auf 1,8 Prozent. Durch den höheren Vermietungsstand und die Neuvermietungen stiegen die Mietsummen absolut im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent. Gegenüber der Vor-Corona-Zeit, dem Jahr 2019, stiegen auch die Umsätze pro Quadratmeter Verkaufsfläche in den Centern um 11,8 Prozent. Der operative Cashflow, also AFFO pro Aktie, stieg von 1,29 Dollar im Vorjahr auf 1,83 Dollar im Jahr 2022 oder in absoluten Zahlen von 138,1 Millionen auf 201,5 Millionen Dollar. Im Unterschied zu Realty Income ist Tanger ein Zwerg. Das Unternehmen besitzt 36 Outlet-Center und baut seit Mai 2022 in Nashville, Tennessee ein 37. Center. Dafür nimmt die Firma 150 Millionen Dollar für Investitionen in die Hand und wird danach in diesem neuen Center wahrscheinlich Mieteinnahmen in der Größenordnung zwischen 7 und 7,5 Prozent per annum auf die Investitionssumme realisieren. Es werden 290.000 Quadratfuß Verkaufsfläche entstehen. Die Eröffnung ist schon für September 2023 geplant, findet sich aber in den Zahlen noch nicht wieder. Ein schlecht laufendes Center hat man Ende 2022 verkauft in North Carolina. Dafür wurden 13 Millionen Dollar kassiert. Ein Gewinn von 3,2 Millionen Dollar auf den ursprünglichen Einkaufspreis. Interessant sind bei Tanger Factory Outlet Centers die Leasingergebnisse für Neuvermietungen. Im Jahresverlauf wurden im Bestand 447 Leasingverträge neu unterschrieben. Dabei zahlen neue Mieter aktuell 27,9 Prozent mehr Miete als die Vormieter und Anschlussmieten im Bestand stiegen um 8,6 Prozent. In Summe ergibt das dann die schon erwähnten 10,1 Prozent Leasing Spread. Das spricht für eine steigende Nachfrage und auch mittlerweile wieder für eine gewisse Preissetzungsmacht. Sympathisch ist bei Tanger mittlerweile auch die Dividende. Die wurde 2022 zweimal angehoben, insgesamt um 12,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert und liegt jetzt bei 88 Cent pro Jahr. Das ist allerdings, das sei der Ehrlichkeit halber gesagt, immer noch deutlich weniger als 1,41 Dollar, wie es bis 2019 gezahlt wurde. Was aber bei Tanger positiv hervorsteht, das ist die niedrige Ausschüttungsquote auf Basis der Adjusted Funds from Operation. Die liegt nämlich nur bei 46 Prozent. Damit kann man mit dem verbleibenden Cashflow, der also im Unternehmen gehalten wird, beispielsweise die 150 Millionen Dollar Investition in Nashville aus dem Cashflow finanzieren. Der Zinsdeckungsgrad hat sich auf das 4,7-fache des Ergebnisses verbessert. Der Verschuldungsgrad ist deutlich gefallen. Das Unternehmen hat einen 520 Millionen Dollar Kassenkredit, der aber gar nicht in Anspruch genommen wird. Der steht also wie ein Dispositionskredit noch voll zur Verfügung. Dazu kommt ein Kassenbestand laut Bilanz von über 273 Millionen Dollar an Cash und an kurzfristigen Investments zum Jahresende. 88 Prozent der Immobilien sind nicht mit Hypotheken belastet und von den 1,6 Milliarden Dollar Verschuldung, auf denen das Unternehmen sitzt, sind 93 Prozent mit festen Zinssätzen ausgestattet, die durchschnittlich bei 3,4 Prozent liegen. Für 2023 prognostiziert das Unternehmen pro Aktie einen AFFO von 1,81 bis 1,89 Dollar Mietsteigerungen auf vergleichbarer Basis zwischen 2 und 4 Prozent. Die AFFOs, also die Funds from Operations, sollen um 4,36 Prozent steigen. Das ist deutlich besser als das, was uns Realty Income auch anbietet. Ich denke, ab 5 Prozent Dividendenrendite oder anders gerechnet einem Kurs unterhalb von 17,60 Dollar wäre das Unternehmen wieder kaufenswert. Es ergäbe sich bei einem 15er KGV bis Ende 2024 ein Renditepotenzial von 22 Prozent. Bei Realty Income hatten wir ja ein Potenzial von 4,76 Prozent ermittelt. Mein Fazit. Der kleine David kann natürlich viel schneller wachsen. Das 37. Center macht gegenüber den 36 Bestandscentern natürlich noch einen fühlbaren Unterschied. Realty Income hingegen muss bei über 12.200 Immobilien schon mal ganze Bestände oder Unternehmen im 100er Paket kaufen, damit da in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung überhaupt eine Verbesserung spürbar wird. Also das eine ist eher der gestandene, große Goliath, den man sich ins Depot legt, wenn man nicht lange darüber nachdenken möchte, was das Unternehmen anstellt und einfach jeden Monat auf seine Dividende wartet. Beim kleinen David, da kann man eventuell auf weiteres Wachstum hoffen, ist aber auch deutlich spekulativer als Realty Income. Ich hoffe, das hilft wieder ein bisschen weiter beim Einsortieren der Zahlen, bei der Wahl zwischen großen Unternehmen und kleinen Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Ich wünsche dabei wie immer viel Erfolg. Tschüss, euer Nils Gajowi.